Nochmals wieder auf die Gartenfachmesse in Deutschland 2023. Batavia aus Holland. Tools to Build für deinen Garten. Und das haben wir. Eine Reinigungsbürste auf Akku, 18 Volt. Die starkste Reinigungsbürste der Welt auf Akku. Was macht die Reinigungsbürste noch mehr speziell? Es gibt hier eine gegenläufige Bürste, die dafür sorgt, dass man zuerst sehr komfortabel und bequem arbeitet. Und zweitens, dass dadurch, dass die Bürsten in zwei Richtungen drehen, sich der Schmutz besser löst. Entweder trocken, im Freilauf, wenn man will, oder verriegeln, so wie man Druck ausüben will. Und alle Oberflächen kann man sauber machen. Stein, Holz, Schwimmbad, Boot, Camper, mit und ohne Wasser. Jetzt mit Wasser dabei. Kraft ohne Ende. Auch in die Höhe kann man es gebrauchen. Ohne Wasser dann lieber jetzt. Aber mit Verlängerungsstil bis vier Meter hoch arbeiten. ,ken vas sich beimiska«, mit Wasser erneuen will. Übereremos. Bei Dodge».